Mach es dir bequem. Deine Augen können sich schließen und die angenehme Ruhe spüren. Du spürst vielleicht schon, wie gut es sich anfühlt, einfach so da zu sein. Wir machen jetzt Urlaub. Versuche mit deiner Fantasie und deinen Sinnen die Reise zu spüren und zu erleben. Stelle dir vor, du bist am Strand. Du läufst barfuß im Sand. Spürst du den weichen, heißen Sand an deinen Füßen? Wie fühlt es sich an deinen Fußsohlen an? Kitzelt der Sand? Kannst du den Sand zwischen deinen Zehen spüren? Schau dich um, um einen perfekten Platz für dein Handtuch zu finden. Du breitest dein Handtuch aus und bemerkst die verschiedenen Farben der Streifen. Rosa, blau, grün und gelb. Schau hinaus aufs Meer. Kannst du den Horizont sehen? Welche Farbe hat das Wasser? Ist das Wasser ruhig oder aufgebracht? Bemerke, wie die Meeresbrise deine Haut berührt und atme den Geruch des Meeres. Kannst du die salzige Luft auf deiner Zunge schmecken? Nimm deine Sonnencreme heraus und fang an, dich einzucremen. Wie fühlt sie sich an? Wie riecht sie? Erinnert dich der Duft an etwas? Leg dich hin und mach es dir im Sand gemütlich. Wie fühlt sich der Sand unter deinem Rücken an? Spürst du, wie sich dein Körper entspannt? Wie fühlt sich die Sonne auf deine Haut an? Höre, wie die Wellen auf das Ufer treffen und achte auf die Geräusche der Natur um dich herum. Genieße die Ruhe und den Frieden. Nun kommt die Traumreise langsam zum Ende. Du spürst wieder den Raum um dich und hörst seine Geräusche. Du spürst deinen Atem gehen. Du spürst seine Ruhe. Die Ruhe ist weiter in dir. Deine Augen können sich wieder öffnen. Und bis zum Ende. Zum Ende. Vielen Dank.